Als ich klein war, kamen meine Schwester Maria und ich mit unserer Mutter Juanita in dieses Land. Alles war größer und bunter, so voller Filme, Computer und Technik. Das faszinierte mich sofort, vor allem altmodische Geräte. Und wenn ich nicht gerade bastelte und reparierte, dann schauten meine Schwester Maria und ich immer den Klassiker-Kanal, mit all den großen Hits. Es war eine bessere Zeit. Filme, die noch für Hollywood standen. Filme wie Police Academy, die Feuerwalze oder dieses Los Amigos del Universo mit diesem He-Man, den kräftigen Mann. Doch unser aller Lieblingsfilm war immer der mit unserem größten Helden, Gremlins, mit dem kleinen Gizmo. Das Leben war perfekt. Doch dann, dann starb unsere geliebte Mutter Juanita und es gab nur noch Maria und mich. Als kurz darauf der Ausbruch des Yellowstone die Welt veränderte, gab es fortan nur noch mich, denn ich wurde von meiner Schwester getrennt. Jetzt, zehn Jahre später, bin ich immer noch auf der Suche. Aber wie der kleine Gizmo werde ich niemals aufgeben, bis ich meine Schwester gefunden habe. Sie nannte mich immer Paco. Doch mein richtiger Name ist Francisco Ramirez und ich bin ein Scavenger. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.